Mh Leute, Leute! Mh ist das ein lecker Essen. Mh lecker. Mh lecker Chili Hähnchen von Aldi. Mh ein Gedicht. McCain Pommes. Mh, aber am allergeilsten ist es Fleisch. Tröpü, Tröpü. Kürzlich hat mir so ein Esoteric Freak erzählt. Mh, ich würde die Angst, was das Tier beim Töten gehabt hat, würde ich quasi mitessen. Und es würde alles die negative Auswirkung auf mein Karma Konto gehen. Mh, so ein Blödsinn. Mh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Iiiiih! Salat! Salat! Da hat ja gar niemand dafür sterben müssen! Iiiiih!